und damit schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt in diesem video schauen wir uns das vivo s 15e an und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen wurde am 25 april angekündigt und kann man seit wenigen tagen also ist es dann auch erhältlich leider bisher noch nicht bei uns der internationale launch steht leider noch aus aber es wurde schon mal in china schon mal vorgestellt und es da ist auch schon erhältlich bringt uns leider nicht wirklich viel theoretisch zwar der import aber auch das ist jetzt nicht die traumhafteste lösung haben das gerät wollen wir uns heute ein bisschen anschauen das sind auch mit anderen geräten in dieser preiskategorie vergleichen und bisschen durch analysieren kleine disclaimer noch am anfang ich würde mich sehr über ein like und vor allem auch über ein abo freuen damit würdet ihr mich sehr sehr unterstützen das wäre ein sehr sehr nice support darüber würde ich mich sehr freuen jetzt geht es aber auch schon los mit dem eigentlichen video erstmal zur displaygröße dieses hier 6,44 zoll also eigentlich ein ziemlich großes display das ganze wiegt 190 gramm das gerät das display hier amoled mit 90 reds und hdr 10 plus mit dem 6,44 zoll liegt man jetzt mal verhältnismäßig gegen den großen flaggschiff noch relativ klein aber es ist schon also man kann es gerade noch in eine hand nehmen weil mein pixel 6 ist circa genauso groß viel größer dürfte aber tatsächlich nicht sein das ganze kommt komischerweise noch mit android 11 zumindest dem bisherigen fakt nach und dazu origin os ocean das ist die oberfläche von vivo da die darüber liegt das pixel dichte liegt hier bei 409 ppi das ist normal also ganz standard und auch mit den amoled 90hz ist man ja eigentlich sehr sehr gut bedient ganz normales standardmäßiges display einzigste ist was ihr hier gerade recht schön sieht also die rückseite finde ich persönlich sehr hübsch vor allem in diesem blauen ton da so dieses ein bisschen matte finde ich ganz cool das einzige was ein bisschen altmodisch ist ist eben hier diese notch da diese wassertropfenartig runterkommt wenn ich persönlich nicht so cool und auch das kinn unten ist ein wenig dicker sieht halt nicht ganz so modern aus ich hätte ja ein pann schon ein bisschen cooler gefunden sieht immer ein ticken moderner meiner meinung auch auch ein stück immer besser aus als dieses pannschol als diese wassertropf nutzt da die da einmal so runterkommt ja muss jeder für sich entscheiden aber die rückseite finde ich ganz cool denn da hat man hier so ein bisschen bei schaumüssen bis ab geguckt dieses zweistufige kameraelement was dann noch mal mit so einem durchsichtigen glas teil finde ich aber trotzdem relativ schick und ist der weißen edition mit diesem muster was da drin ist im rückseitigen glas muss ich sagen finde ich finde ich sogar ziemlich nice als prozessor kommt hier ein bisschen ungewöhnlich der exynos 1080 zur buche und den finde ich die ball finde ich tatsächlich ein wenig merkwürdig denn exynos wissen wir alle ist eher kategorie samsung und vor allem ist ein 1080 ist nicht der bekannteste prozessor heißt aber nicht dass er jetzt unbedingt schlecht ist denn wir haben hier ein octa core mit einmal 2,8 gigahertz 3 x 2,6 und 4 x 2,0 gigahertz auch wieder diese 3er taktik diesen sehr verschiedenen stärken an einzelnen korn finde ich jetzt nicht schlecht dazu ist der prozess im 5 nanomillimeter verfahren gefertigt spricht jetzt eigentlich auch relativ dafür der akku weil wir es ja gerade schon sehen ist 4700 milliampere groß also schon ziemlich oschi und kann auch ziemlich schnell geladen werden denn wir haben hier 66 watt und kann zur hälfte in 18 minuten aufgeladen werden das ist tatsächlich schon sehr sehr gut und vor allem für die preiskategorie wirklich merkwürdig das haben wir manch einem flaggschiff nicht deswegen finde ich das persönlich schon recht beeindruckend trotzdem muss man hier aber sagen dass das natürlich nicht das nonplus ultra ist also es ist zwar etwas ganz cooles was in der preiskategorie nicht so oft gibt aber das macht jetzt nicht den welten unterschied allgemein finde ich aber trotzdem ganz cool dass man mittlerweile auch immer schneller laden kann bei den preis günstigeren optionen ebenfalls der fingerdruck sensor ganz cool ist hier wieder unter dem display ist in letzter zeit wieder ein bisschen seltener geworden war früher eigentlich schon vor zwei jahren zwei drei jahren in der mittelpreis krasse eigentlich der standard fast schon wieder geworden ist dann aber wieder ein bisschen herausgefallen meine schätzung ist dass es daran lag da die nicht viel unbedingt schneller waren und nicht das top argument waren ich finde es trotzdem cooler wenn der im display ist fühle ich bei meinem pixel 6 und auch meinen beiden anderen handys davor immer noch fand das eigentlich immer am coolsten jetzt wollen wir auch auf die kameras noch kurz eingehen wir haben eine 50 megapixel hauptkamera das ist dieser standardmäßige sony sensor kennt man aus vielen smartphones der müsste auch relativ gute bilder machen natürlich wissen wir es kommt eigentlich hauptsächlich auf die software dahinter an was die aus dem bild dann dementsprechend macht trotzdem ist das schon mal eine ganz gute basis dazu haben wir auch ein 8 megapixel ultra weitwinkelsensor der hier auch noch ganz gute bilder mit einfach einer größeren range machen kann finde ich persönlich auch nicht schlecht natürlich musste man wieder einen dritten sensor einbauen den keiner gebraucht hätte nämlich ein dritter makrosensor verstehe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so wieso man den einbaut weil man zeigt auf der rückseite nur zwei kameraelemente man kann maximal hinschreiben äh triple kamera setup aber ob das ist das top argument ist ich weiß ja nicht vor allem wenn das dritte eine kamera ist die glaube ich wirklich keiner braucht wie das gene 4 kam mit 30 fps auf der vorderseite haben wir in dieser wassertropsen notch eine 16 megapixel single frontkamera ähm 3,5 mm klinkenburg haben wir leider nicht finde ich ein bisschen schade aber ähm überlebt man auch ähm ich vermisse die manchmal schon auch bei meinem tablet und meinem handy jetzt da weil man hat zwar nicht immer ähm bluetooth kopfhörer dabei und das sagt jemand wie ich äh der drei verschiedene besitzt im wert von 500 euro ähm insgesamt ähm und damit also was kopfhörer ist äh sonderbar gut ausgestattet ist und trotzdem finde ich manchmal ähm dass also selbst ich manchmal nicht äh welche dabei obwohl airports und so die laufen natürlich immer mit und auch mal die over ear kopfhörer ähm sind öfters mal dabei aber alle hat man oder manchmal vergisst man die dann doch und dann wäre es trotzdem ganz schön wenn man da mal was anhören könnte ohne dass es jeder mitbekommt finde ich immer noch immer ein bisschen schade ähm sonst ist das handy ganz standardmäßig so wie man es kennt ähm gefällt mir aber relativ gut vor allem in der preisrange denn wir liegen hier bei knapp unter 300 euro ähm in china liegen wir hier bei 284 euro umgerechnet da kann man bei uns aber dann schon noch ein fuffi draufschlagen also mit 350 euro könnten wir in deutschland schon liegen was ich tatsächlich gar nicht schlecht finde denn wir haben ja ein gutes display eigentlich standardmäßig ähm wir haben sehr schnelles laden auch die kamera müsste normalerweise mitspielen und wir haben hier vor allem keinen wirklichen negativen punkt also was gegen das handy spricht außer vielleicht äh die wassertropfennotch auf der frontseite sonst spricht gegen dieses handy eigentlich grundlegend gar nichts und ich glaube dass es auch ein punkt der das gerät so stark macht ähm ich hoffe das video hat euch gefallen ich würde mich sehr über ein like und vor allem über ein abo freuen und ich hoffe wir sehen uns auch im nächsten video wieder bis dahin reingehauen und ein